Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ja, neun Dinge, die in WoW Classic immer noch nicht geklärt sind. Die möchte ich heute mit euch besprechen. Der amerikanische YouTuber und Streamer TipsoutBaby hat ein Video zu diesem Thema gemacht. Habe ich auch unten nochmal verlinkt. Und leider könnt ihr euch quasi diese ganzen Punkte nochmal auf Englisch anschauen. Wie gesagt, der hat mich auf jeden Fall zu diesem Video heute motiviert. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, es macht auf jeden Fall nochmal Sinn, dass man nochmal so ein Video auf Deutsch macht. Und einfach auch der deutschen Community nochmal so ein bisschen seine Meinung zu den einzelnen Punkten sagt. Und wie gesagt, wir können dann auch gerne im Anschluss in den Kommentaren über die einzelnen Punkte nochmal diskutieren. Genau, wir fangen direkt an mit dem ersten Punkt. Gut, und zwar sogenannte Right-Click-Reporting oder auf Deutsch das Rechtsklick-Reporten, wie auch immer. Man kann anscheinend, ja, im aktuellen Retail-WoW, also auf aktuellen WoW-Erweiterungen, also im Fall jetzt Battle for Azeros, kann man anscheinend Leute mit Rechtsklick einfach anklicken und sie dann irgendwie reporten, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, von ihnen beleidigt wurde. Oder wenn man irgendwie Ninja-Looting vermutet oder irgendwie, dass derjenige cheaten würde. Ja, dann kann man die reporten. Und, ähm, man kann sie natürlich auch reporten, wenn man einfach nur eine persönliche Differenz mit ihnen hatte, zum Beispiel. Und, ähm, ja, ein WoW-Classic könnte so ein System unter Umständen halt wirklich, ähm, ja, zu größeren Problemen führen, wenn dann, keine Ahnung, im Battleground einfach die gegnerische Stammgruppe einfach von euren Spielern, also quasi von eurer Stammgruppe, jemanden wegreportet und der dann quasi direkt vom Battleground gekickt wird, und ihr dann nur noch mit 14 Leuten am Start seid, zum Beispiel. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall so eine Geschichte, die wirklich dämlich wäre für das wettbewerbsorientierte PvP in Vanilla. Und, ähm, Blizzard will hier, denke ich, mehr Personalkosten einsparen, kann man auch irgendwie ein Stück weit verstehen. Ähm, aber ein Kompromiss wäre vielleicht, dass man hier sagen würde, okay, man kann Right-Click, äh, reporten, also die Spieler, aber die werden nicht direkt dafür bestraft, sondern, ähm, wenn diese Reports irgendwie, keine Ahnung, bei Blizzard ankommen, dann muss dann nochmal ein Gamemaster drüber schauen und das absegnen, ob es auch wirklich stimmt, ob es reportet wurde, ja. Ähm, genau, also wie gesagt, ich hoffe, dass wir da irgendwie noch so eine kleine Abstufung in den Härtegraden bekommen, was das Reporting angeht, und dass man die Leute nicht einfach, ähm, ja, mit einer mehrheitlichen Abstimmung aus dem BG kicken kann. Ja, ja. Und ein weiterer Punkt, der auch noch nicht geklärt ist, ja, und wo wir hier gerade eh schon von Battlegrounds sprechen, sind, äh, Crossrealm Battlegrounds und generell Crossrealm Mechaniken. Ähm, was vielleicht viele nicht wissen, Crossrealm Mechaniken gab es auch schon in Vanilla, ja, also am Ende von WoW Classic, ähm, konnte man auch, ähm, in Battlegrounds kommen mit Spielern von anderen Servern. Das wurde irgendwann mal eingeführt und, ähm, Tips Out sagte ja auch an einer Stelle, dass er sich unter Umständen nach ein oder ein, zwei Jahren mal vorstellen könnte, wenn vielleicht ein paar gelieft sind und nicht mehr so viele Spieler aktiv auf dem Server spielen. Ähm, ich muss aber ganz klar sagen, für mich sind wirklich Crossrealm-Geschichten ein absolutes No-Go. Und ich kann auch nicht verstehen, wie jemand, der so, ähm, ja, so gehypt ist wie, äh, Tips irgendwie auf das Spiel, wie er sich wirklich ernsthaft vorstellen kann, dass irgendwann einmal, äh, Crossrealm, ja, Geschichten irgendwie implementiert werden könnten in das Spiel. Also, das ist für mich wirklich ein Punkt, sobald ich irgendjemanden, äh, in einem BG, in einer INI oder sonst wo irgendwie auf meinem Server sehe, der quasi von einem anderen Server kommt, ähm, ist für mich irgendwie echt direkt Ende im Gelände. Ja, denn, äh, ich finde auch, gerade so die Privatserver-Szene hat irgendwie gezeigt, selbst irgendwelche Server, wo irgendwie nur tausend Leute drauf sind, ja, machen mehr Bock, als irgendwelche Retail-Server, wo wir wieder Crossrealm-Geschichten haben. Also, ich kann das Argument absolut nicht verstehen. Man sagt, okay, wir bringen irgendwann dann wieder die Crossrealm-Geschichten. Wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann vielleicht kleinere Server irgendwie zusammenlegt, die sonst aussterben würden. Ja, dass dann quasi die Communities sich einfach, äh, vereinen. Das könnte ich mir, äh, an der Stelle vorstellen. Ja, der dritte ungeklärte Punkt, ähm, ist die Implementierung vom PvP-Ehre-System. Ähm, ähm, Blizzard hat, äh, immer noch nicht genau gesagt, wann wir dann wirklich, äh, ja, anfangen können zu ranken. Also, ab wann man quasi, ähm, im Rang aufsteigen kann. Ähm, zur Erinnerung, mit dem Release vom originalen WoW in, äh, 2005, gab es am Anfang noch kein, äh, Ehre-System direkt am Anfang, ja. Das ist irgendwann später erst gekommen, in den folgenden Monaten. Und ich finde auch, ähm, generell die Idee gut, dass es nicht von Anfang an drin ist, ja, damit sich die WG-Spieler und die Hardcore-PVP-Spieler nicht direkt ins Battleground rein stürzen, sondern dass auch erstmal so, ja, eine breite Masse an Leuten hoch, ähm, leveln kann, relativ entspannt. Und dass dann quasi alle, ähm, ja, so ein bisschen gleiche Voraussetzungen haben, wenn es dann quasi mit den Stammgruppen und, äh, das Ranking im WG losgeht. Ähm, trotzdem würde ich es aber auch unfair finden, wenn man jetzt irgendwie drei, vier, fünf Monate oder so warten würde, bis das PvP-Ranking kommt. Ähm, denn dann sind dann die Leute, die quasi raiden gehen und die Hardcore-PVE machen, irgendwann einfach in einem kranken Vorteil, weil die dann einfach das PvE-Gier da bekommen und die PvPler immer noch, keine Ahnung, mit ihrem Dungeon-Gier rumrennen oder wie auch immer. Daher würde ich auf jeden Fall, ja, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht, ähm, die, das PvP-System einfach so in der zweiten Phase oder Anfang von der dritten Phase irgendwie releasen wird. Ähm, wie gesagt, mit dem Dire-Mall-Release, also in Phase 2, auch Tipps Out vorgeschlagen hatte, könnte ich mir das wirklich sehr gut vorstellen. Ja, der vierte ungeklärte Punkt ist die sogenannte Progressive Itemization oder auf Deutsch, ich hab's einfach mal übersetzt, ähm, der Machtanstieg von Spielern durch Items. Ja, ähm, genau, also verschiedene Items wurden im Verlauf von WoW Classic, ähm, irgendwann mal geupdatet, also stärker gemacht oder schwächer gemacht auch. Ähm, und es geht hier vor allem darum, dass man quasi verhindern möchte, dass, ähm, zu starke Items schon direkt von Anfang an irgendwie ingame sind. Ja, also zum Beispiel auch gerade irgendwelche World Drops oder so, die quasi im PvE stärker sind als der Loot, den man im PvE bekommt, in Molten Core oder im BWL, der quasi schon ingame ist, bevor diese Inis überhaupt, ähm, ja, gecleart worden sind von den Gilden. Ja, das möchte man vermeiden, damit nicht irgendwelche Spieler rumrennen, die zu starke Waffen und zu starke Ausrüstungsgegenstände haben. Und finde ich auf jeden Fall gut den Ansatz, dass man hier nicht einfach sagt, okay, wir machen das irgendwie und dann sind am Ende irgendwelche Leute, die dann mit irgendwelchen Sachen rumrennen, ähm, die sie einfach noch nicht haben sollten. Und, ähm, genau, das betrifft hier auch wieder das PvP-Gear ein bisschen, weil man auch das PvP-Gear im Laufe von Vanilla einmal geupgradet hat. Ähm, ich glaube so, ja, im Bereich Akku, Naxxramas hat das PvP-Gear dann irgendwann mal ein Upgrade bekommen, weil, ähm, das PvE-Gear halt, äh, zu dem Zeitpunkt dann schon deutlich stärker wurde. Und dann hat man quasi gesagt, okay, wir wollen die PvP-Leute auch noch ein bisschen upgraden vom Gear her. Genau, also wie gesagt, ist noch nicht ganz klar, wie sie hier diese, äh, Itemization machen werden von den verschiedenen Items, wann welche Items kommen werden. Und da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, wie Blizzard das Handhaben wird. Äh, aber so mega relevant fand ich den Punkt jetzt nicht. Ja, und der fünfte ungeklärte Punkt ist das sogenannte Sharding. Ähm, darunter versteht man die Instanzierung gewisser Bereiche, vor allem während der Release-Phase, wodurch ein Überlaufen von bestimmten Gebieten verhindert werden soll. Ja, man möchte quasi verhindern, keine Ahnung, dass irgendwie am Anfang, wenn sich jeder einen Mensch macht im Elvin Forest irgendwie, und da dann irgendwie tausende Spieler versuchen, Hogger umzuklatschen am Anfang, ähm, dann macht man quasi lieber dann für diese Bereiche verschiedene Instanzen auf, ja, das heißt, ihr seht dann nicht mehr alle Spieler um euch herum, sondern seid einfach immer nur mit einer gewissen Anzahl von Spielern in einer Instanz, die immer überlappt werden, und dadurch könnt ihr dann quasi ganz entspannt einfach hochleveln, ohne dass die Gebiete so mega überlaufen sind, ja. Ähm, das hat natürlich aber auch schon, ähm, einen starken Einfluss auf die, ähm, Release-Erfahrung, ja, weil natürlich auch, ähm, die Erfahrungen, die man bei solchen Release-Tagen oder auch Wochen hatte von neuen Servern, äh, auch immer eine lustige Geschichte waren, ja, dadurch, dass einfach alles total überfarmt war, musste man sich andere Wege überlegen, wie man effektiv hochleveln konnte, manche haben da nur mit Dungeons gelevelt, äh, manche sind irgendwie in andere Gebiete gegangen, manche, ähm, haben erstmal nur durch, äh, Erkunden, äh, IP gesammelt, da gibt's auch verschiedene Taktiken, manche haben AOE-Grinding gemacht, manche haben sich in größeren Gruppen zusammengetan, also es gibt tatsächlich auch Stimmen, die sagen, gerade auch so diese chaotische Release-Erfahrung, wo so viele Spieler da losstürmen, und, äh, diese Massen von Spielern einfach, äh, Azeroth vom Neuen nochmal, äh, ja, überlaufen, so eine Art, ähm, zählt für sie auch einfach zu einer authentischen WoW-Classic-Erfahrung, und ich kann diesen Punkt auf jeden Fall verstehen, ähm, ich kann aber auch Blizzard verstehen, dass sie natürlich auch, äh, ein Stück weit, äh, ja, ihren Spielern auch eine angenehme Level-Erfahrung gerade am Anfang auch geben wollen, ja, vielleicht auch irgendwelchen Retail-Spielern, ähm, die solche Geschichten einfach gar nicht mehr gewohnt sind, dass da Hunderttausende oder Tausende von Leuten an einem Ort unterwegs sind, ja, ähm, wie gesagt, muss man mal schauen, die Privat-Server haben auf jeden Fall gezeigt, von der technischen Seite her, können, ähm, Server heutzutage wirklich, ähm, riesige Massen-Anhäufungen von Spielern schon verkraften, ähm, die Frage, die sich Blizzard stellen muss, ist einfach nur, wollen wir, äh, ja, unseren Spielern diese, dieses massenhafte Aufkommen quasi, äh, ja, bieten, oder halt eben nicht, ähm, wie gesagt, ich kann hier wirklich beide Seiten ein bisschen verstehen, ähm, aber wie gesagt, wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich, glaube ich, auch eher sagen, kein Sharding, dafür wieder ein absolutes, äh, Chaos-Release irgendwie, weiß nicht, ich find's einfach lustig und dann kann man halt nicht jede Quest irgendwie machen, dann bekommt man nicht jedes Item, äh, muss vielleicht irgendwie sich andere Taktiken aussuchen oder irgendwie lockt erst nachts ein oder wartet ein paar Tage, also für mich gehört das einfach dazu, ähm, aber ich, ja, für mich würde auch nicht die Welt untergehen, wenn wir den ersten ein, zwei Wochen Sharding hätten, oder sagen wir mal in der ersten Woche, ähm, aber ich würde es trotzdem schon schade finden und ich hoffe, es wird nicht kommen. Ja, der, äh, sechste ungeklärte Punkt ist, ähm, wie viele Spieler werden eigentlich auf den WoW Classic Servern spielen dürfen, ja, also auf einem Server, wie viele Spieler sind da erlaubt, bevor es eine Warteschlange gibt? Ähm, ähm, auf den originalen WoW Classic Servern im Jahr 2005, ähm, waren so ungefähr 2.000 bis 3.000 Leute auf einem Server, ähm, später in WoTLK waren es noch mal ein bisschen mehr, da waren es noch bis zu 5.000, aber in Vanilla waren es so 2.000 bis 3.000. Und, ähm, ja, ich sag mal so, also die Privatserver der letzten Jahre haben auf jeden Fall gezeigt, ähm, es ist mittlerweile wirklich schon deutlich mehr möglich, also auch Vanilla-Server können bis zu, ja, 10.000 Leute, 16.000 Leute gleichzeitig beherbergen, das ist möglich, allerdings hat man das dann wirklich auch, äh, schon sehr stark in der Welt gemerkt, ja, also, ähm, sehr bekannte oder sehr gute, äh, Farmspots waren richtig krank, äh, overgrindet von Leuten und es sind einfach dann irgendwann auch zu viele Leute gewesen, ähm, darum muss man hier wirklich auch einfach schauen, wie viele Spieler möchte man auf die Server lassen, ähm, das hat, äh, wie Tippsout auch in seinem Video erwähnt, hat wirklich, ähm, ja, sehr, sehr drastische Auswirkungen auf, ähm, sehr, sehr viele Bereiche, ja, wie viele Spieler da spielen dürfen, ähm, wie gesagt, ähm, auf die Kräuterspawn-Rate, äh, wie viele Erze wird es geben, auch die Preise im Auktionshaus werden davon betroffen sein, und so weiter, ähm, ja, wie gesagt, muss man mal schauen, also neue Technologien und die heutigen Server und so weiter können auf jeden Fall viel, viel mehr Spieler beherbergen, äh, die Frage ist einfach nur, möchte man das, ja, ja, möchte man so viele Spieler, äh, auf diesen Servern haben, ähm, einige argumentieren auch schon, ja, es sind dann vielleicht viele Retail-Spieler, die nach zwei, drei Monaten keinen Bock mehr auf das Game haben, was ich persönlich nicht glauben werde, aber so argumentieren manche, ähm, äh, liefen dann vielleicht, deswegen sollte man die, ähm, Server-Kapazitäten vielleicht ein bisschen, äh, größer anpeilen am Anfang, ja, und das dann quasi, wenn dann irgendwie noch tausend Leute oder so liefen, dass man dann trotzdem noch genügend Leute auf den Servern drauf hat, aber wie gesagt, ich glaube nicht, nicht, dass die Retail-Spieler irgendwie fett abwandern werden, ich glaube, die werden ihr Leben genauso wegwerfen wie wir. Ja, der siebte ungeklärte Punkt, ähm, ist, ähm, ob WoW Classic auch ins Battle.net integriert wird, ähm, heute sind eigentlich alle Blizzard-Spiele irgendwie ins Battle.net integriert, das heißt, ihr könnt die Leute einfach, äh, per Battle-Tag adden und dann egal, ob ihr Diablo oder, ähm, Hearthstone oder WoW spielt, könnt ihr quasi mit allen euren Battle.net-Freunden chatten. Und, ähm, die Frage ist einfach, ob das vielleicht unter Umständen problematisch für WoW Classic ist, weil man, wie gesagt, ähm, anscheinend im aktuellen WoW auch, ähm, Spieler von der feindlichen Fraktion zur Freundesliste hinzufügen kann, ne, was dann vielleicht viele machen werden, wenn sie irgendwie gegankt werden und dann wollen sie denjenigen flame und so weiter. Von daher, das, ähm, könnte ich mir, ja, eventuell auch problematisch vorstellen. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass man auch von, äh, Freunden, die auf der gegnerischen Seite spielen, ähm, sehen kann, wo sie sich gerade ingame befinden. Ja, und das, äh, kann natürlich auch abused werden. Dann kann man irgendwie schauen, okay, wo ist derjenige gerade? Ich versuche ihn zu ganken. Oder man kann sich dann auch besser absprechen mit Spielern von der gegnerischen Seite. Ähm, wie gesagt, die Gefahr ist einfach hier, oder die Befürchtung, ähm, ist quasi auch, dass dadurch so diese Immersion oder das MMO-Feeling, oder das äh, Role-Playing-Feeling, äh, von WoW Classic beeinträchtigt wird. Denn die Fraktionen quasi dadurch relativ einfach miteinander, ähm, ja, kommunizieren können. Ähm, ich finde, ähm, da kann man auch bestimmt eine clevere Lösung für finden. Ich würde es schon cool finden, wenn WoW Classic auch ganz normal über den Battle.net Launcher gestartet werden kann. Vielleicht auch irgendwie und richtig, dass sich wie ein modernes Spiel anfühlt. Zumindest so von den äußeren, ähm, Aktoren, wie man ins Spiel reinkommt und so weiter. Ähm, aber dass man einfach gewisse, äh, Funktionen weglässt, ja, dass man zum Beispiel dann nicht sehen kann, wo sich derjenige auch gerade ingame befindet und solche Geschichten. Ähm, denn ich denke, das coole an der Geschichte ist einfach, dass man mit denjenigen schreiben kann. Und da muss man nicht unbedingt noch wissen, wo sie sich gerade befinden. Und wie gesagt, man könnte auch drüber nachdenken, dass man vielleicht mit Leuten, die auf der feindlichen Seite gerade online sind, dass man mit denen halt einfach eben nicht schreiben kann. Ähm, ähm, das könnte ich mir so vorstellen. Ja, und der achte ungekleide Punkt, äh, den ich mich auch immer mal wieder frage, ähm, wird es noch eine WoW Classic Beta geben? Ähm, ja, wie gesagt, Blizzard spricht hier von einem Classic Summer. Ähm, der Sommer ist nicht mehr so weit weg. Von daher, wenn wir dann, äh, diesen Sommer wirklich noch WoW Classic spielen werden, ähm, ist ja wirklich die Frage, wann die Beta dann noch kommen soll, ja, wenn die dann vielleicht auch ein paar Monate gehen soll. Ähm, von daher, wie gesagt, ich beantworte die Frage immer so, wenn ich gefragt werde, ob eine Beta kommt oder nicht. Wenn eine kommt, dann denke ich, wird sie relativ bald kommen, weil sonst ist es dann auch einfach irgendwann auch mal zu spät für eine Beta. Ähm, und, ähm, genau, ich würde mir wie gesagt gerade als Streamer natürlich auch gerne eine Beta wünschen. Wäre natürlich schon cool, wenn man dann auch, ja, diesen Content direkt auch live mit euch sich anschauen könnte. Ähm, wobei dann natürlich auch noch die Frage ist, ob ich dann einen Key bekommen würde, ja, äh, muss man dann alles natürlich schauen. Ähm, wie gesagt, ist noch nicht geklärt. Da gibt's momentan immer noch keine, äh, kein Statement von Blizzard. Ähm, da hoffe ich aber auch, dass gerade da irgendwie bald mal eine Info kommt. Ja, ich würde mir aber keine lange Beta wünschen, weil das dann wieder so, weiß nicht, auch viel spoilern würde, viel von dem Hype auch vielleicht wegnehmen würde. Immer so eine kurze und knackige Beta könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja, und der neunte ungeklärte Punkt, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, ähm, ist das Release-Date von WoW Classic, ja. Es gibt bis, äh, Stand heute immer noch keine, äh, definitive Aussage von Blizzard, wann wir denn endlich jetzt, äh, WoW Classic spielen können, ja. Äh, es wird ein Classic Summer, also ein Classic Sommer werden, ja, das ist die einzige Aussage, die wir haben von Blizzard. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht erst im Herbst erscheinen. Die Frage ist einfach nur, äh, zu welchem genauen Datum wird es quasi kommen? Ähm, es gibt hier so ein paar, ähm, Hinweise und auch Vermutungen von der Community. Äh, manche schätzen hier den 16.07., also den 16. Juli, weil irgendwie Blizzard auf der BlizzCon irgendwelche, äh, irgendwelchen, ähm, Screenshots, irgendwas eingeblendet hat, wo dann irgendwie die Leute sich was hineininterpretiert haben. Keine Ahnung, aber wenn ich gefragt werde, äh, wann die Server kommen, sage ich auch immer, ja, ich schätze auch am 16.07., weil ich dann einfach mal so dieser Verschwörungstheorie, äh, Glauben schenke, aber auch den Zeitraum, äh, realistisch finde. Es ist nicht so mega früh, ja, ich denke, die brauchen noch ein bisschen, aber eben auch nicht so spät, dass man quasi, ähm, sagen könnte, okay, das ist kein Classic Summer mehr, ja, weil wenn sie es irgendwie erst im Winter oder im späten Herbst releasen, wäre es ja schon ein bisschen komisch, warum sie jetzt gesagt haben, es wird ein Classic Summer, ja. Genau, das war das heutige Video. Ich hoffe, äh, ja, ich konnte euch ein bisschen Einblick geben in diese neun ungeklärten Punkte immer noch. Und, ähm, sagt mir gerne mal unter dem Video in den Kommentaren, ähm, was für euch so die wichtigsten Punkte sind oder euer wichtigster Punkt, wo ihr sagt, ja, also dieser Punkt, der muss auf jeden Fall noch geklärt werden und ich hätte den gerne so und so, ja. Sagt mir wirklich mal, was euch einfach am meisten beschäftigt. Und, äh, wenn ihr noch nicht genug von WoW Classic habt bis zum Classic Summer, dann schaut gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich streame immer am Sonntag, am Dienstag und am Donnerstag ab 19 Uhr. Und, ähm, ja, ihr könnt auch gerne meiner, ähm, Discord-Community beitreten. Der Channel ist auch unten verlinkt. Und wir werden auch zwei Gilden gründen auf einem deutschen PvP-Server. Eine auf Vordenseite, eine auf Ali-Seite. Äh, den Discord verlinke ich euch auch unten mal, wenn ihr da mitmachen möchtet. Könnt ihr da natürlich auch gerne noch mitmachen, ja. Und jetzt sind wir aber wirklich fertig mit dem heutigen Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.